Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die steuerbaren Ressourcen, die technischen Ressourcen, die steuerbaren Gruppen und die Cluster-Ressourcen im Redispatch 2.0. Wir kommen gleich dazu, worum es sich dabei handelt. Dieses Video ist natürlich Teil unserer Content-Reihe gemeinsam mit der HSAG. Die Prozessexperten und Prozessconsultants der HSAG können zum Beispiel helfen bei der Einführung, beim Testen und dann auch bei der weiteren Bearbeitung der Redispatch 2.0-Prozesse. Während wir uns eben mehr auf die Informationsvermittlung und die Schulung rund um diese Themen eben konzentrieren. Wir haben da ein gemeinsames Dienstleistungsportfolio. Wenn ihr also einen Bedarf habt, meldet euch einfach bei uns. Die Kontaktdaten sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also, es geht um diese vorhin genannten vier IDs, die nun rund um den Redispatch auch zu tragen sind. Und dazu haben wir passenderweise, das seht ihr jetzt schon hier neben mir, eine Mitteilung Nummer 1 zum Redispatch 2.0 von der Bundesnetzagentur bekommen. Es ist schon spannend, wenn man so früh an der Entwicklung eines einzelnen für sich stehenden Themas dran ist, dass man auch so eine Mitteilung Nummer 1 noch mitbekommt. Hier ist nun also dann zu sehen, naja, wir weisen darauf hin, dass es vom BDW, einem der größten Branchenverbände für die Energiewirtschaft, eine Anwendungshilfe gibt, nämlich ein Einführungsszenario zum Redispatch 2.0. Und Einführungsszenario klingt schon mal richtig gut. Genau darauf warten wir doch. Wir wollen wissen, wann was von wem zu tun ist. Und dementsprechend gehen wir dann mal auf den Link. Dann kommen wir auf die Seite des BDW, passenderweise vom 1.4., das ist aber kein April-Jast. Und dann sind hier unten PDFs verlinkt und auch noch eine Excel rund um die Zuordnung von technischer Ressource zur steuerbarer Ressource. Dazu kommen wir gleich noch. Wenn wir dann erstmal auf das Einführungsszenario gehen, wir kommen später noch auf die Bildungsvorschrift zu sprechen, dann sehen wir erstmal 13 Seiten. Das ist also nicht erschlagend, damit können wir arbeiten. Dann gehen wir erstmal rein. Wie immer ist bei diesen Einführungsszenarien zuerst mal eine Einführung auch vorhanden. Naja, um was geht es denn jetzt? Wie ist das Ganze zu handhaben? Was ist der Hintergrund der Themen, um die wir uns jetzt hier kümmern müssen? Der Redispatch 2.0 bedeutet ja nicht, dass wir ab dem 1.10. Dinge anders machen müssen, sondern zum 1.10. laufen die Prozesse des Redispatches. Vorher müssen wir auch schon andere Dinge tun, und andere Daten zum Beispiel übertragen können. Beispielsweise ab dem 1.10.2021 verschiedene Datenmeldungen, beispielsweise vom Anlagenbetreiber oder dessen Vermarkter, hin zum Netzbetreiber möglich machen. Stammdaten müssen ausgetauscht werden, Planungsdaten müssen auch vorher schon ausgetauscht werden. Das muss vorher schon laufen. Und dementsprechend wird hier nochmal beschrieben, wie das dann nach und nach gestaffelt eben laufen müsste, damit das auch ordentlich abgebildet werden kann. Apropos Abbildung, hier ist auch nochmal beschrieben, wie dann nachher die Kommunikation zwischen den Marktpartnern laufen muss. Das ist natürlich wie immer bei Edit Energy beschrieben. Wir haben zum 1.10. auch durchaus nochmal neue Versionen der Regelung zum Übertragungsweg und zu den allgemeinen Festlegungen, die dann natürlich rund um den Redispatch auch nochmal genauer beschreiben, wie der Datenaustausch stattzufinden hat. Es gibt hier auch nochmal den Hinweis auf den Data Provider. Das ist entweder der Netzbetreiber selbst, der eben seine Daten verwaltet oder ein von ihm beauftragter Data Provider. Das könnte beispielsweise Connect Plus sein. Das ist ja einer der größeren Netzbetreibergruppen, die sich hier rund um den Redispatch zusammengefunden haben, um da eben auch verschiedene Prozesse vorzubereiten und so eine Art Postverteilzentrum aufzubauen, mit der dann die Marktkommunikation umso einfacher und gezielter gesteuert werden kann. Dann wird hier noch darauf hingewiesen, dass also es diese Unterscheidung gibt zwischen der technischen Ressource und der steuerbaren Ressource. Einfach gesagt ist die technische Ressource die Anlage, die nachher einspeist oder verbraucht, die vom Redispatch betroffen sein könnte. Das ist die technische Ressource. Das ist einfach eine Einspeiseanlage oder Verbrauchsanlage, die potenziell in dem Netzgebiet vom Redispatch betroffen sein könnte. Eine steuerbare Ressource ist jetzt eine Steueranlage, die eine oder mehrere technische Ressourcen steuert. Das ist dann hier auf der nächsten Seite auch ganz gut grafisch dargestellt. Hier unten haben wir die technischen Ressourcen, diese Anlagen und oben dann die Darstellung, naja, so eine Steueranlage, die kann natürlich mehrere technische Ressourcen miteinander oder unabhängig voneinander steuern. Die kann auch nur für eine zugeordnet sein oder eben für Gruppen. Das heißt, grob gesagt, das ist eine Einspeiseanlage, das ist eine Einspeiseanlage, das ist vielleicht auch noch eine Verbrauchsanlage und das ist halt die Steueranlage, die dann noch irgendwo mit verschalten ist. Einfach gesagt. Hier wird dann beschrieben, dass natürlich diese IDs, die dafür genutzt werden müssen, vom Energy Codes und Services GmbH, das ist ja die Stelle beim BDW, bei der dann eben auch die ganzen verpflichtenden IDs für die Energiewirtschaft beantragt werden, eben auch die Marktlokations-IDs zum Beispiel. Daher kennen wir das ja. Und dann steht hier, hey, lieber Netzbetreiber, beantrage ab dem 1.4.21 die erforderliche Anzahl von technischen Ressourcen-IDs. Hm, das ist jetzt schon. Das muss jetzt gemacht werden. Die erforderliche Anzahl von technischen Ressourcen-IDs heißt ja, ich weiß, wie viele wahrscheinlich zu steuernden Anlagen ich in meinem Netzgebiet habe, die dann unter den Redispatch fallen. Und genau diese Anzahl brauche ich dann eben hier vom Code-Anbieter. Und ich muss auch schon mal die erforderliche Anzahl an steuerbaren Ressourcen-IDs holen. Jetzt wird es dabei aber interessant, denn das findet dann im Austausch mit den Einsatzverantwortlichen statt. Nämlich bis zum 14.05. soll der Netzbetreiber einen Vorschlag der Zuordnung von technischen Ressourcen, also einzelnen Anlagen, zu steuerbaren Ressourcen, also den Steueranlagen, pro Einsatz verantwortlicher, also vom Markter oder Anlagenbetreiber selbst, austauschen. Der soll vorschlagen, welche Kombination von TR zu SR wäre hier sinnvoll. Der Einsatzverantwortliche kann das so übernehmen, der kann aber auch einen Gegenvorschlag machen. Das kann dann eben ausgetauscht werden. Bis zum 11.06. sollte diese initiale Zuordnung stattgefunden haben. Das ist erstmal hier das vorgeschlagene Datum, bis wann das unbedingt auch so sein muss. Ist auch sinnvoll. Wir kommen ja noch dazu, warum. Nämlich wenn wir dann gleich in das weitere Szenario reingehen. 1.7. Es muss am 11.06. bitte fertig abgeschlossen sein, damit wir dann auch noch so zwei Wochen für kleine Fehlerchen haben. Und dann ab dem 1.7. werden ja Daten übertragen. Nämlich, dass der Einsatzverantwortliche die initialen Stammdaten für steuerbare Ressourcen an den Data Provider übermittelt. Und dann geht das genauso weiter. Hier müssen verschiedene Daten übertragen werden, mit den aber auch schon festgelegten Übertragungsprozessen, die wir in den Dokumenten der Bundesnetzagentur ja auch schon entnehmen konnten. Wir gehen auf die alle auch noch in unserer Videoreihe ein. Wir werden da nochmal durch einige Prozesse uns durchkämpfen. Dann gibt es hier verschiedene Unterteilungen, welche Daten wann eben zu schicken sind. Ab dem 1.9. denn ja beispielsweise die konkreten Planungsdaten für die Anlagen, die dann eben auch später laufen sollen. So und dann wird es hier eben schön unterteilt. Am 29.9. bis spätestens nachmittags 14.30 Uhr muss dann eben auch schon mal müssen die realen Planungsdaten an den Data Provider ab 1. Oktober geschickt werden. Bis also vorher, letzter Werktag, nachmittags, müssen die realen Planungsdaten für den Oktober dann auch vorhanden sein. Das muss dann auch über den entsprechenden klassischen vorgegebenen Prozess übermittelt werden. Und so wird hier relativ schön dargestellt, was eben wann zu tun ist. Und dann nachher ab dem 1.10. haben wir auch die Echtzeitdaten oder andere ereignisgesteuerte Daten, die dann eben zu übertragen sind. so ist relativ klar festgegeben, festgelegt, vorgegeben, wie man diese Prozesse nachher wann mit wem zu machen hat. Es ist ein Einführungsszenario, das heißt, es ist nicht verbindlich, aber es ist natürlich hilfreich. Das gibt einen ganz guten Eindruck davon, wie das nachher eben zu laufen hat. Und dann kommt hier auf Seite 10 diese wunderbare Grafik. Sowas hilft natürlich auch, weil man eben sehen, hey, ab Juli müssen Standdaten übertragen werden und auch mal ausgetauscht werden und auch mal überarbeitet werden. Und dann September kommen die Planungsdaten und so weiter. Und dann geht es immer weiter, bis wir dann eben auch in den Regelbetrieb des Redispatches kommen. Weitere Infos, wie die Bilanzierung zu laufen hat, dafür gibt es eine separate Anlage bei den Bundesnetzagenturbeschlüssen und dann ein Vorschlag, wie ein Testbetrieb laufen könnte. Praktisch hier ab Anfang Mai, wie man dann verschiedene Daten mit wem zum Beispiel austauschen könnte, wird hier schön vorgegeben. Das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man jetzt noch nicht so komplett mitgeplant hat, wie der konkrete Testbetrieb für den Redispatch 2.0 laufen soll. Hier wird das ganz gut vorgeschlagen. Entschuldigung. Der Redispatch bringt mich zum Husten. Das ist ja ganz verrückt, weil es wirklich eines der krassesten Themen ist, mit denen wir uns in den letzten Jahren auch so beschäftigen mussten. Dann gibt es, wie gesagt, noch ein zweites Dokument, diese Bildungsvorschrift für die Ressourcen-IDs und das ist dann nochmal ganz interessant, denn hier wird dann dargestellt, okay, wir haben technische Ressourcen, wir haben steuerbare Ressourcen, wir haben allerdings auch noch Steuergruppen und Cluster-Ressourcen. Interessant. TR-ID, SR-ID, SG-ID und CR-ID. Okay. Wie unterscheidet sich das jetzt also? Hier wird nun vorgegeben, wie also hier diese IDs gebildet werden. Ich kann schon mal andeuten, es sind eben elfstellige Identifikationsnummern. Die kennen wir so schon genau von der Marktlokations-ID. Das ist auch eine elfstellige ID, die ein eindeutig dann wiedergibt, in dem Fall, wo ein Netzanschluss ist, wo dann verschiedene Prozesse laufen würden. Und die technischen Ressourcen, die steuerbaren Ressourcen, die Steuergruppen und die Cluster-Ressourcen sind ebenso elfstellige IDs, die nur ein ganz klein bisschen anders gebildet werden. Es ist nun also so, die technische Ressource ist die Anlage selbst. Das muss also für alle Anlagen, die vom Mythos-Patch betroffen sein könnten, beantragt werden und dann zugeordnet werden. Diese elfstellige ID beginnt mit einem D. Das ist hier die wichtige Unterscheidung. Die beginnt mit einem D. und dann kommt eine hochlaufende Ziffer und dann nochmal eine Prüfziffer. Die steuerbaren Ressourcen sind jetzt wie gesagt diese Steueranlagen, die potenziell auch mehrere technische Ressourcen steuern könnten und die beginnt mit einem C. Und so geht es dann auch schon weiter. Die Steuergruppe, das ist jetzt eine Gruppierung von steuerbaren Ressourcen, die sinnvoll gemeinsam gesteuert werden könnten, die also auch über ein Steuersignal angesteuert werden könnten, weil das Sinn machen würde. Ein Solarpark, ein Windpark oder auch eine größere Kraftwerksanlage, die mehrere einzelne Motoren und Turbinen hat, also da noch mehrere einzelne Generatoren zum Beispiel vorhanden sind. Die können für sich alleine laufen, die können aber gemeinsam gesteuert werden. Und das ist das große Interessante. Wenn man sich das so vorstellt, ist die technische Ressource die einzelne Anlage, die steuerbare Ressource eine Gruppierung einzelner Anlagen, die gemeinsam gesteuert werden sollen immer. Und eine Steuergruppe wäre eine noch mal größere Gruppierung, die sinnvollerweise auch komplett gemeinsam gesteuert werden könnten, um eben einen Engpass hier zu bewältigen. Das könnte dann ein ganzer Solarpark sein oder was auch immer. An Konfigurationen, die hier sinnvoll gemeinsam mit einem Steuersignal angesteuert werden könnten. Diese 11-Stirker-ID beginnt mit einem B. Langsam macht es Sinn. D, C, B. Ganz klar, die Cluster-Ressource beginnt mit einem A. Die Cluster-Ressource ist jetzt noch mal eine Gruppierung, allerdings zwischen zwei Netzbetreibern. Und zwar zwischen dem eigentlichen Netzbetreiber und dem anfordernden Netzbetreiber, der also einen Engpass irgendwo erkennen würde und jetzt im Austausch mit einem anderen NB hier das Ganze lösen will. Da wird praktisch geclustert, dass verschiedene Anlagen eben auch zusammengehören könnten, weil die einfach kategorisch gemeinsam sinnvoll zusammengehören könnten als Cluster eben. Und dann kann das in der Konjugation so rübergegeben werden. Dann ist es allerdings auch gut möglich, oder sinnvoll, dass der andere Netzbetreiber das empfängt und dann wiederum declustert, also auseinanderzieht und dann doch wieder die einzelne Anlage ganz gezielt ansteuert, um dort eben eine Korrektur vornehmen zu können. Das soll dann nachher so laufen, dass wir eigentlich auch eine übergreifende Wissen darüber haben, welche Anlagen wo wie zur Verfügung stehen und man dann eben auch schon sagen kann, naja, demnächst gibt es hier wahrscheinlich einen Engpass, der gelöst werden könnte durch Anlagen bei meinem Nachbarnetzbetreiber. Jetzt sage ich schon mal, diese Anlagen, dieser Cluster könnte das sinnvollerweise sein und der kann es dann wieder konkret steuern auf die einzelne Anlage runtergebrochen. So in etwa stellt er euch mal die Unterscheidung zwischen diesen vier IDs einfach vor. Am Ende wird es noch mal vorgegeben, wie nachher diese Prüfziffer zustande kommt, die hier ganz am Ende steht, die letzte Ziffer, die ergibt sich eben aus einer aus der Kombination der vorher hochlaufenden Nummern und hier ist eben dargestellt, wie das konkret zustande kommt. Das sind soweit die beiden zentralen Dokumente, die hier rund um den Redispatch 2.0 noch mal anzuschauen sind und anzuschauen sind, denn bereits jetzt beginnt die Ausgabe dieser IDs. Das muss jetzt von den Netzbetreibern gemacht werden. Kümmert euch drum, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr müsst das zeitnah umsetzen, bis zum Mai mit den Einsatzverantwortlichen, die steuerbaren Ressourcen-IDs austauschen und dann bis Juni bestmöglich auch fertig sein, damit ab Juli die ersten Stammdaten auch ordentlich laufen können. Naja, spannend. Habt ihr Fragen zu diesen Themen oder auch noch zu weiteren Redispatch Themen, gerne unten in die Kommentare. Wir verlinken euch auch noch ein weiteres Video zu diesem Themenkomplex von der Hochfrequenz, das ist auch ein Consulting-Unternehmen, was sich auch auf YouTube Videos rund um diese fachlichen Themen präsentiert. Das sind gute Freunde von uns und deswegen wollen wir auch da mal gerne den Hinweis geben. Wahrscheinlich seht ihr die aber auch hier in den vorgeschlagenen Videos neben mir. Bestenfalls verweisen wir auch schön aufeinander. Ansonsten wie immer haben wir wie gesagt die passenden Dienstleistungen wenn ihr selbst noch ein paar Herausforderungen habt rund um den Redispatch wir selbst machen also hier die Schulung und die Informationen und auch mal Handouts oder so und die Hase AG mit der wir diese Content Reihe gemeinsam veröffentlichen die kümmern sich dann eben um die Einführung um das Testen und dann auch um den weiteren Betrieb dieser Prozesse Okay bis zum nächsten Mal Like das Video Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke damit ihr niemals ein neues Video verpasst und dann sehen uns wieder hier bei Energiewirtschaft einfach der Online Akademie für die Branche Mein Name ist Carsten Eckert